So, willkommen. Ich habe gerade mal wieder eine Runde verloren, weil mein Tank will hoffen war. Ich hätte ein bisschen früher das wünschen müssen, aber overall würde ich behaupten, dass es nicht überwiegend an mir gelegen hat. Also bestimmt auch, aber ja, der Tank war das größte Problem. Oh, glaube ich, ist ein Lupus. Die Runde werde ich auch vielleicht hochladen. Oh mein Gott, Siggi, komm bitte ein bisschen zurück. Ja, mega. Kann ich auch vielleicht hochladen, weil ich habe das ja direkt vor dieser Runde aufgenommen. Dann passt das ja schön zusammen, wenn ich in dieser Runde mit Zug auf die Letztziegel nehme. Oh, wundervoll von der Brick. Richtig schön. Ja, lol. Tolle Night, I guess. Ah, ja, also wer schreibt hier fair? Also, ich weiß nicht. So, es kann halt noch viel passieren oder so. Ja, ok, dann bin ich schon bei den Palo of Francis. Ist ok. Hier, Halko, bitte schön. Aber ich müsste mal probieren, ob ich von hier aus so abbouncen kann, dass es auf das Schild geht. So vielleicht? Oh, ne. Ja, ich hätte vielleicht machen müssen. Das kann ich demnächst mal irgendwie probieren, dass ich gucke, dass ich dann einen halbwegs guten Engel bekomme, weil dann fliegt die Kugel nicht hier vorn irgendwo rum, sondern geht dann nochmal schön in die Ecke bis, ne. Und bouncen hier in der Weltgeschichte. Da, fuck. Das wird definitiv nicht geplant, dass so die Kugel fliegt. Ah, hell. Oh, nö. Jetzt haben wir einen Hanzo. Ah. Ja. Aua. Ne, fühl ich halt gar nicht. Ja, drückt die Asche, I guess. Ja, wirklich, hätten wir da auch. Okay, egal. So, hier, komm mal her. Ey, the fuck. Einfach der Hanzo plötzlich noch Schussenteil gesetzt. Ehrenlos. Okay. Ah, und dann auch noch einen anderen Teil, ja. Natürlich nicht. Wer ist da oben? Ist das denn Gerne? Das ist unser Genji. Okay. Wow. Ich schütze dem extra Halkugel rüber. Genji steht trotzdem schön. Ne, mach ich auch. Ich bin ja gut so. Okay, jetzt haben wir Konterloom. Ich bin gespannt, dass das was bringen muss. Ah, der D. war gut. Oh mein Gott. Bruder muss los. Ja, ne. Finde ich ja gut. Also ich, weswegen. Ich weiß halt nicht, was der Cursed gerade meint, von wegen wer. Ja, also das war ja wahrscheinlich so ein ironisches Fair, aber... Nein, es ist nicht fair. Äh, es ist... Unfair. So. Ne, keine Ahnung. Ja, Digga, geh halt vielleicht nicht aus meiner... Das ist ein Idiot. Ich ult. Ich ult und er geht einfach raus. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja, das ist meine Ult. Keine Ahnung. Du wirst halt Prinzen weggefickt, Digga. Schön. Hä? Äh, Aua? Fragezeichen? Oder so? Ja, ich geh mal... Ja, okay, cool. Weiß ich ja nicht. Ich geh mal auf Ana. Mein letzter Hunde sehe mich funktioniert, weil mein Aime halt fisch mit der Gucker ist. Aber ich glaub, wir könnten flitieren von der Nade. V-Ausgleich, ich treffe sie zwischendurch. Ich muss nur innerhalb vom Dreieck treffen. Aber das krieg ich schon nicht hin, wenn die zu viel straven, meine Mates. Und es ist ein großes Dreieck. Ich bin einfach zu hektisch, wenn ich schließe. Und dann treffe ich immer nicht. Aua. Oh, wir haben ein Checkpoint bekommen. Wowie. Ah, vielleicht wird das... Ah, okay, vielleicht kann ich... Ja, okay, schade. Einfach durchgeleitet durch meine... Durch mein Sleep. Was ein ganz minimal kleines bisschen mit rein spielt, weil mein Mauskabel hängt die ganze Zeit vom Schreibstisch und zieht meine Maus noch ein bisschen weg. Also ich kann die nicht so frei bewegen momentan. Das hat meine Zeit besser funktioniert, aber okay, momentan hängt die da halt komisch rum. Ähm, ich wüsste mir eigentlich meine Fumas kaufen. Mein Maus hat es kaputt und so. Nicht, dass es für Overwatch gerade groß relevant ist. Ich kann halt keine Coms machen. Aber, ähm, ich bin arm. Ich bin schuldig. Ja, okay, dann halt nicht. Jetzt tötet ihn. Ja, okay, dann halt nicht. Ja, okay, cool. Ne, ich behalte den Eindruck heute mal noch. Ich glaub, den könnten wir maybe noch gebrauchen oder so. Ja, okay, scheinbar nicht. Ja, okay, schön. Okay, das lief jetzt erstaunlich gut. Und wir sind in der, äh, Beteiligungsrunde. Ich mein, nun wird auch mal instant gesleept oder so. Keine Ahnung. Wild einfach an so hier vorne am Start. Oh, schön, schön, schön. Ich hab kurz den Genji gefickt von meinem Soldier. Oh, schade. Eigentlich aus, dass er so etwas lieb drauf war, find ich. Egal. So, hier, aber ein Teil. Würde den. Oder so. Oh. Hm. Okay. Ich hatte nicht immer mehr Zeit zum reagieren. Die hat einfach meinen Kopf... Ja, wow. Wow. Ich find's auch schön, wenn man so wenigstens sich einmal umdrehen kann noch, bevor man stirbt. Meine Brick macht das schon. Vielleicht, vielleicht macht meine Brick das auch nicht. Ne, meine Brick macht's nicht. Ich mach. Also, ne, aber geht nicht. Ah, Aua. Geht mal. Ja, hier Brick wäre mir schlimm. Oder so. Ja, ey, ich treff halt nichts. Das fackt mich so ab. Nein. Ja, Digga, du bist End-Hype gewesen. Was erwartest du? Ja. Und lass uns, gib uns vielleicht zwischen mir mal ne halbe Sekunde um nicht wieder voll zu machen. Aua. Ja. Okay, cool. Okay, lol. Das passiert nicht so einfach, dass man als Support und gerade als Anna nicht instant von Genji weggefokust wird. Meine Verwirrung ist verwirrt. Oder hat er einfach nur nicht mitbekommen, dass ich da war? Ich weiß es nicht. Na, hoffentlich kommt er nicht wieder. Ich hab... Ich hab... Ich steh halt glaub ich auch schon wieder 3-7 oder so. Ich weiß es nicht. Ne, Digga Brick, du stirbst nicht. Meine Brick stirb... Oh, das hier doof jetzt. Meine Brick ist gestorben. Oh. Oh mein Gott. Aua. Aua. Okay, wenigstens ist er auch gestorben. Mein Leben für ein Leben. Und dadurch, dass sie noch einen Tank haben, wir haben noch eine Brick. Und die haben nicht mal mehr einen zweiten EBS. Was ist das? Was? Oha. I-ne. Was? Ja. Passt, passt. Beides passt. Ähm. Gekrochen oder so. Können die das bitte jetzt nicht jetzt sagen? zu mein gott halt mich doch oder so kann man das jetzt bitte nicht hier rein schieben was meint er mit wow fährt du bist du und jedes in fünf leute rein was soll was erwartet was erwartet er so legit aber ich habe mich selber umgebracht weil ich auf dem bock in der grüche geschossen habe oh mein gott ja schade schade aber aber verpisst dich schade es ist halt echt ein bisschen peinlich dass wir einen vier gegen fünf verlieren aber ich bin halt auch einfach an bord egal gar nichts denn ja oder so prob die richtung bestimmt prob warum schließe ich nicht auf die quelle des übels nämlich die mercy man ja ente ist halt schon mit stark noch also gerade gegen tanks ist das ist so wenn man ein paar minuten andere gespielt hat wir noch zwei drei schüsse mehr aber ich treffe halt bei weitem nicht genug also scoped ist halt bei 44 und den schüssen im scope ich halt nicht mal die hälfte ja ich bleibe auch mal ein bisschen auf dem payload ich möchte nicht dass wir gleich irgendwie es hinein werden weil ich im scope nicht mitbekommen wenn das ding weg geschoben wird naja fairer ich müsste dich halt auch sehen egal weiß ich jetzt nicht hier ist auch irgendwo eine fairer ist halt auch jetzt nicht so geil ja ich habe sie gefunden wer von den beiden steps ready das jetzt da drin noch oder rechts okay sie ist tot ich war im scope oh die ist ja mies weggeflogen ja es ist ja auch echt peinlich gewesen wenn wir das jetzt halt verloren hätten also ich stelle mal die steile these auf wenn die gegner voll gewesen wären hätten die das gewonnen gehe ich sehr sehr stark aus tatsächlich insofern ist halt für mich und mein team toll dass wir lieber hatten aber ohne die war wäre es halt sowas von verloren gewesen ich habe die ander nicht hey sie ist so low naja ok jetzt sind sie weg oder der eine zumindest naja ok ja komm lass ein bisschen ein bisschen peace oh wo willst du hin dann tanze ich ein bisschen auf den payload ja wahrscheinlich zünde ich erstmal seine ult oder so oder auch nicht er läuft einfach weg cool ja das hätte ich nicht gewinnen dürfen automated das wird es hat hier wo 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017